Kennen Sie das, dass Sie sich aufgrund Ihres Gewichts einfach nicht mehr wohlfühlen, dass vielleicht sogar das Selbstwertgefühl darunter leidet? Oder sogar die Shoppingtour mit der Freundin keinen Spaß mehr macht, weil einfach nichts mehr passt? Oder Sie bringen am Abend keine Energie auf, um sich noch irgendetwas Gutes zu tun, geschweige denn Sport zu machen? Weil einfach der Alltag, der Beruf, die Familie, der Haushalt sie total ausgepowert hat. Wäre es nicht klasse, wenn Sie vom nächsten Stadtbummel mit richtig tollen Klamotten in der Tüte nach Hause kämen, sich darin richtig wohlfühlen würden und selbstbewusst auftreten, mit dem guten Gefühl, endlich mal wieder was für sich getan zu haben? Ich bin Gabriele Eicher und helfe Menschen wie Ihnen, denen es genauso geht, sich in Zukunft wieder richtig wohl in Ihrer Haut zu fühlen. Das erreiche ich mit unserem bewährten Anti-Aging Lifestyle Training. Wenn Sie mehr wissen wollen, lade ich Sie ein, sich jetzt auf meiner Website umzusehen. Bei Fragen öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm und schreiben mir eine Nachricht oder Sie nehmen den Hörer zur Hand und rufen mich einfach an. Ich freue mich auf Sie. Ihre Gaby Ich freue mich auf Sie. Bleib